Auf dem Mittelalter, Markus, es geht los in 3, 2, 1, los! Seid gegrüßt, Holder Ritter. Ich bin Knappe von Beruf und suche einen Ritter, bei dem ich meine Ausbildung als Knappe fortsetzen kann. Ah, seid gegrüßt, Milord. Nein, ich bin nur ein Knappe. Seid gegrüßt, Mi Knappe. Seid gegrüßt, Mi Ritter. Mir auch, also Mi. Mi, Mi Knappe, haben Sie eine Bratsche dabei, auf die Sie mir ein Lied zum Einstieg schmettern könnten? Nun, Mi Ritter, selbstverständlich habe ich als Knappe eine Bratsche mit dabei, auf denen ich euch ein Lied zu schmettern vermag. Oh. Soll ich es sogleich schmettern? Ohne Sie damit beleidigen wollen oder so, zu wollen oder so. Kein Problem, Milord. Bitte. Danke. Bedanken. Bitte. Danke. Mi Knappe. Mi Lord. Mi Knappe. Ritter. Mi Ritter. Mi Ritter. Mi Ritter. Ja. Ob du dumm bist, habe ich gefragt, Mi Ritter. Mi Knappe. Ich möchte einen klugen Ritter als Mi Ritter. Kruzifix noch einmal. Mein Tinder ist abgeschmiert. Ich suche eine Holde Maid und Sie als Mi Knappe sollen zu meiner Rechten der sogenannte Wingman sein. Lasst mich euch gerne helfen, Mi Ritter, euch eine Holde Maid zu bescheren. Nun, stellen Sie sich vor, zwei Holde Maids sind vor uns und Sie wollen ihn imponieren. Schmettern Sie das Lied auf der Bratsche. Was singen Sie? Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Ein Klassiker unserer Zeit, Mi Ritter. Mi Knappe. Es berührte mein Herz, meine linke Herzknappe und... Deine linke Herzknappe. Knappe, Knappe. Entschuldigt, Mi Ritter. Knappe, Knappe, äh Kappe. Ich höre schon wieder Stimmen. Mi Ritter, das ist normal. Wir sind auf einem Mittelaltermarkt. Hier blüht das Leben. Stimmt, ich dachte kurz, wir wären alleine mit Knappe. Nein, kein Problem, Mi Ritter. Dafür bin ich ja da. Ich möchte euch helfen. Ich möchte euch unterstützen. Habt ihr euch denn eine von den beiden Maids ausgesucht? Habt ihr eine erkoren? Die Holde Maid dort. Fand der Richter jedenfalls nicht so gut. Ich würde die andere Maid empfehlen. Die andere Maid, okay, das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Oh, da oben fliegt ein toter Vogel. Aber ich würde sehr gerne diese Holde Maid, die dort einfach in diesem Gefäß badet, leicht bekleidet, würde ich sie gerne zu meiner Frau machen. Mi Knappe. Darf ich euch einen kleinen Tipp geben, wie ihr euch eine Holde Maid annähern könntet, Mi Ritter? Gerne, Mi Knappe. Mi Ritter, es ist empfehlenswert, eine Holde Maid nicht während ihres Bades zu verstören, sondern zu warten, bis sie auf dem Mittelaltermarkt sich wieder bekleidet begibt. Aber, Mi Knappe, dort steht ein Schild, auf dem steht, gib mir mal deine Onlyfans-Adresse. Nun, das ändert die Sachlage, Mi Ritter. In diesem Fall würde ich zu euch sagen, falls du später Lust hast, kannst du ja dazukommen. Das können wir, können sie gerne zu ihr sagen, richten sie es ihr aus. Und dort steht auch 5 Thala und sie würde sich meinen Namen auf ihrem Leib schreiben. Eine vorzügliche Vorstellung, Mi Ritter. Ihr Name auf ihrem Leib, das ist ein Wohl für uns alle. Das erfüllt mein Herz mit Stolz und mit Liebe und ich möchte mir einfach nur laut in die Welt hinaus posauen. Ey Pipilotta! Niemals könnte ich mit meiner Bratsche das ausdrücken, was ihr mit eurer Wortgewandtheit wettmacht, Mi Ritter. Mi Knappe. Bin ich denn nun euer Knappe, Mi Ritter? Mi Knappe? Lassen Sie mich noch kurz überlegen. Mein Vater gab mir einen Rat mit auf meinem Weg für mein Leben, wie ich wählen sollte. Und zwar, ich möchte auf einer Banane stehen. Ich kann sein, was immer ihr wollt, Mi Ritter. Sagt es und ich werde es sein. Seien Sie eine Banane. Dazu kann ich nur sagen... Krass, das Drachenschwert plus 5. Nun bin ich selber, Ritter. Das... Mi Ritter, es ist ein wundervoller Tag für Mi Knappe. Freut euch doch mit Mi Knappe. Mi... Mi Ritter? Wollen Sie eine Brüderschaft eingehen? Natürlich, Mi Ritter. Was ich... Auf diesen Tag habe ich schon immer gewartet. Ich habe schon immer auf eine Brüderschaft gewartet. Und ich möchte einfach sagen... Rettet die Bäume! Esst Biber! Das ist unsere erste Mission! Mi Ritter! Ihr Ritter! Auf geht's! Du Ritter! Töten wir die Biber! Da haben wir halt plus 5! Fünf! Sieen! Das war sehr schön! Das war wirklich... Das war sehr geiler Input! Wirklich sehr, sehr schön! Das war sehr, sehr, sehr schöner Input! Wirklich!